Digitale Markenführung ist das Maß der Dinge in der heutigen Zeit, wo sich Kundenanforderungen, Prozesse und tatsächlich reale Marktbearbeitung verändern. Das Deutsche Institut für Marketing hat eine neue Weiterbildung entwickelt zum Digital Brand Manager. Seien Sie mit dabei, qualifizieren Sie sich für die Anforderungen des Marketings im Jahr 2020. Wir haben für Sie zehn Module zusammengefasst, wo wir mit Experten aus dem Bereich Markenführung den Status Quo und die Entwicklung für die nächsten Jahre zusammengefasst haben. Wenn Sie also im Marketing arbeiten, mit Markenführung sich auseinandersetzen und vor der Herausforderung stehen, Ihre Marken in die digitale Transformation zu bewegen, dann ist dieser Lehrgang genau das Richtige für Sie. Wir werden Ihnen strukturiert, Vorgehensweisen und Konzepten zu zeigen, wie Sie Ihre Markenkonzepte digital fähig machen, wie Sie mit Themen umgehen, wie eine Customer Journey zu entwickeln, über alle digitalen Touchpoints hinweg Ihre Marke erlebbar und erfahrbar zu machen und tatsächlich Prozesse und Strukturen modernisieren, um in einer agilen Welt funktionieren zu können. Wir haben mit verschiedenen Fachexperten Markeninszenierungen analysiert, aufgebaut und strukturiert und für Sie die Essenz zusammengefasst. In zehn Modulen können Sie zeitlich und räumlich unabhängig genau in dem Tempo, in der Struktur, wie Sie sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen, lernen und können hinterher zum Abschluss tatsächlich mit Hilfe eines strukturierten Verfahrens eine Zertifikatsprüfung ablegen, damit Sie Ihre Erfahrungen und Ihre Kompetenzen auch sauber dokumentieren können, damit Sie a mehr Inhalt, mehr Know-how, mehr Kompetenzen zum Thema digitale Markenführung haben und Ihrer Karriere den nächsten Step verpassen können. Schauen Sie einfach auf unserer Webseite mal um und fordern Sie unser Infopaket an, denn Sie können mit dieser Qualifizierung Ihrer Karriere einen Push geben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei und würde mich freuen auf eine Kontaktaufnahme. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank.